Willkommen meine Damen und Herren, live aus Andröchten. Hier kam es am gestrigen Sonnernachmittag zu einem Massaker ohnegleichen. Ihr war nichts. Ich weiß nicht, was ihr meint. Es ist wichtig, dass Sie die Augen offen halten und uns sofort benachrichtigen, wenn Ihnen jemand etwas mitgeteilt hat. Vielleicht fällt Ihnen ja sogar selber was auf. Die glauben wohl, die sind was Besseres, bloß weil die aus der Stadt sind.